Na, howdy fellas und willkommen zurück hier zu Red Dead Redemption 2 mit Arthur Morgan. Mal wieder im Lager, nach einer Folge Chaos und Querelen und, naja, auf der Flucht vor der Polizei, wie immer. Nix Neues, gell? So kennt man ihn. Ja, würde ich sagen, wir schauen mal zu Hosea. Oh, da drüben sitzt die Sadie. Na, quatschen wir mit der noch. Hey, Onkel, wieder am Arbeiten, ne? Mhm. Hey, Sadie. Na, ja. Na, wenn wir mal wieder einkaufen gehen sollen, sag Bescheid. Also, wir schauen zu Hosea. Mal schauen, was er hat. Na, ist lang her, dass wir was gemeinsam gemacht haben. Hey, Arthur. Ach Gott, die Bürgermeisterfete, natürlich. Da war ja was. Wir sind ja eingeladen. Ach, so, Shandy. We are ridiculous, utterly. I ain't never been to a ball in my life. Nor have I, if I am being honest. I used to quite often. There could be fine pickpockets. No, 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 no pickpocketing. We are here to make real contact. What kind of contact? I don't know. We'll find what we can. All I know for sure is we are going to a party at the mayor's house. And the guest of honor is the worst crook in town. I am sure that we will find something. Okay. Yeah. Ja, das wird jetzt was werden. Gentlemen, Luca. I'm afraid the mayor does not allow guns at official functions after last year's incident. Oh. Luca here will take you to Mr. Bronte. I believe he is expecting you. Follow me, gentlemen. Der wird sich auch denken, was ist hier los? Mr. Bronte will be so pleased that you made it. We are honored to be here. That's wonderful, wonderful. Come, come, this way. With a beautiful evening it shall be. Mr. Bronte is a very good friend with the mayor. Good evening, Pierre. Señor Napoli? As long as the mayor behaves himself, you know. Mr. Bronte, he has a thing, you know. Respekt. Jose, Bill, you join the party. We'll meet you out back after we pay our respects to Señor Bronte. Come, come. We'll meet you out in the balcony when you're done. Mhm. Na gut, also dann. Gehen wir mal zu Mr. Bronte. Was waren denn hier für lustige Bilder? Mhm. So, ein bisschen schneller bitte, Dutch. Nicht Dutch, sondern Arthur natürlich. Wo sie die Anzüge her haben, ne? Ah, the angry cowboys. You've arrived. And you've watched for the prima volta questo mese, senza dubbio. Oh, this is quite a party you've invited us to. Yes, quite something. Although I'm not quite sure what. So, this is Sandinie High Society. Yes, apparently so. And all these people, these are friends of yours, Señor Bronte. No, 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 not quite, not quite. But they certainly are afraid of me. Like that one. See, that wretch is the mayor. Henry Lemieux. You'll do anything for a dollar. And I mean anything. Politics is a foul business. Oh, and that one too. That is Alberto Fusar. He owns a sugar plantation out on the island. And he comes here to whore and despoil himself. Oh, and that, that is Hobart Crowley. A confederate major in the war. And a hero, they say. But this is, he's very young. Wife. I mean, a young mistress, that's the natural order of things. Yes, but a young wife is unseemly. Oh, the Redskins. I have no sympathy for them. Because whoever is stupid enough to get tricked by the Americans, they get what they deserve. Yes, and a letter to the mayor. Oh, yeah, that'll save you. And that, that is Hector Fellows. This self-righteousness paper man. Maybe, maybe you will kill him for me one day. Well, we're not paid killers as such. Not in cold blood anyway. I did not know you were so particular that you wouldn't help a friend. Oh, I'm willing to help in any way I can, within reason. I'm going to pretend to understand what that means. I meant no offense, sir. None taken. None taken. All these vulgar people, they hate me. Well, uh, it has been wonderful conversing with you, but I can tell that you are very busy and I won't waste any more of your time. Yes, yes, yes. Go, enjoy yourselves and mingle with this vulgar scam. It'll make you long for the days when you could shoot each other and screw cows out on the open range. Those sure were the days. Good day, gentlemen. Good day to you. But before you go, what exactly are your plans here? But we've not made any... Well, we are going to need some money. Money, yes, of course. But there's money at the trolley station. They keep a lot of cash there in the day. Now, I could not involve myself in such matters. But you, as a guest, yes, as my guest, bah, do it, huh? Okay, good day, gentlemen. Goodbye. Okay, ragazzi, adesso il vino buono. Eh, it was a bit of a bit, gentlemen, if you will kindly follow me. But I think our view of the Bronte trifft the whole thing, right? Ein echter Schmierlappen, the guy. Gentlemen, enjoy your evening and welcome once again to San Daniel. Ciao, ciao. Mm-hmm. Also, den Bronte können wir nicht trauen, überhaupt nicht. So, was machen wir jetzt? Na, dann schauen wir doch mal. Also, den Bürgermeister zu und der war irgendwo da unten. Das sah ziemlich wichtig aus. Guten Tag. Oh, Champagne, klar. Guten Abend. Bonjour. Dankeschön. Champagne. Genau. Ah, wunderbar. Hello. Hello. Gilbert Knightley. So, ist er nett hier, ne? Mein Gott. Die ganzen Feiertagsgesichte hier. Hervorragend. So, guten Tag. Das ist der Hector Fellers. Das ist der Zeitungsschreiber, ne? Das ist Mr. Hector Fellers. Well, it's nice to meet the both of you. New soup? Yeah. I mean, no. No, it's a new shirt. Oh, Bill, hi, eh. Oh, hallo. Naja, ich sag nix. Alles gut, ne? Grüßtchen. Oh, Entschuldigung. Das tut mir furchtbar leid. Hello, Sir. So, wen haben wir hier? Ach, du Schande. Let me vote, let me vote. Ja, ja, ich muss weg. Also, alles klar, ne? Oh, Ladies. Of course. Thank you, Sir. You are quite the gentleman. Clearly, not from this swampy hellhole. Thank you. Thank you. Ladies, I'll see you next week. Oh, but now we're gonna die. What a total bastard it is. Lillian. And again, I always loved bastards. The real ones, I mean. Oh, yeah. Oh, Dutch here. I don't live here. I was here for the poker. Oh, you play? It's my weakness. My worst vice. Ah, poker. Sehr gut. You should have it whipped out of you like you advocate whipping the sin out of others. Da fällt mir ein, wir müssen ja noch zu dem Schiff, ne? Hier gibt's irgendwann ein Poker-Schiff. So ein Riesenturnier, wenn ich's richtig im Kopf hab. Irgendwie hab ich den Bürgermeister verpasst. Ah, da drüben ist er. Mein Gott, ich muss bloß auf die Minimap schauen. Ich bin der Typ. Da vorne ist er. Hier, genau. Es ist nicht komplex, ich bin du. Und nur ein Idiot wie du, buddy, würde versuchen, es so zu machen. Ich will nicht denige Idiotie, so, aber vielleicht ist jetzt nicht der Zeit. Typical Pansy. Du bist drüben, Ferdinand. Ich bin nicht drüben, du fuhl. Aber dieser Mann, dieser Mann lief die Darkies. Hey, du bist ziemlich drüben. Hier, was sagen du und ich, Kulof? Huh? Bin ich hier Security, oder was? Wusste ich gar nicht. Werde ich hier bezahlen für Security? Mit wem spricht so Arthur? Der ist schon lange weg. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Henri Lemieux. Ich hoffe, du hast mir Spaß gemacht. Der Mayor. Ich bin hier. Es ist ziemlich ein Ort, du hast hier. Es ist nicht mein, und die Stadt ist schrecklich in das, aber wir können immer noch ein guter Show. Du kennst Evelyn Miller? Mein Gott. Der Ritter? Wir sehen uns wieder, dass wir noch eine derange, Drunkend auf unsere Hand haben. Shall we? Malone, fantastisch! Excuse me, Papa. Excuse me, Papa. Monsieur, bitte. Mr. Cornwall was quite insistent, I'm afraid. Er, he shouted down the telephone for several minutes. Mr. Cornwall is a horse's ass, and a bad horse. I'm very sorry, sir. It's not your fault, I'm a fool for trusting him. I'll come and sign it in a minute. Let me enjoy the fireworks. Of course. Please say something about Cornwall. Yes, find out what. Sure. Natürlich. Tja. Gibt doch schon Telefon hier im Spiel. Klar, das Telefon wurde schon vor 1899 erfunden, das weiß ich. Aber nachdem ich hier bisher überhaupt nichts in die Richtung gesehen habe, habe ich gedacht, hier gibt es gar kein Telefon. Aber offenbar gibt es ein Telefon. Ich hatte vor ein paar Folgen ja mal gesagt, es gibt gar kein Telefon. Ist noch nicht erfunden. Hier im Spiel. Tja, habe ich Rockstar wohl etwas unterschätzt? Na, schönes Feuerwerkel da. Ja, ja. Also, dann folgen wir dir mal ein bisschen überfällig. Okay. Also, dann vorsichtig hinterher. Are... Is everything taken care? The telefoner keeps ringing. The mayor said he will sign later. Marie? Marie! Yeah? Marie! Der ist ja drauf hier. Das war jetzt schnell, Arthur. Komm, komm, komm. Wir dürfen den nicht verlieren. Vorsicht. Wollt ihr das Kontrollbuch aus dem Schreibtisch? Ja, da warte ich. Ja, ich wollte gerade sagen, da warte ich aber, bis der weg ist. So, jetzt. Schnell, schnell, schnell. Komm, komm, komm. Ah, verdammt. Ah, okay. Arthur kennt Mittel und Wege, natürlich. Na dann, steck ein und jetzt weg hier. Komm. Halt das noch einen Brief. Okay. Dann lesen wir später. Schnell, 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 Arthur. Komm, komm, komm. Vielleicht soll ich hintenrum rausgehen. Auf dem gleichen Weg, auf dem wir rein sind. Wenn ich da jetzt einfach rausmarschiere, ist das ein bisschen zu offensichtlich. Ah, was ein schöner Garten hier. Wunderbar. Was ein Garten. Also, ich kann den Brief jetzt nicht lesen, na gut. Ladies. Es war mir ein Vergnügen, mich mit euch zu unterhalten. Ja, ja. Hallo, ma'am. Hallo. Evening, Sir. How do you do? Gentlemen. Good day, sir. Wollen wir schnipsieren oder so? Geht nicht, gell? Na dann. Howdy. Hi. Okay. Okay, ihr habt einen eigenen Namen, aber ich kann mit ihr nicht interagieren. Danke, geht so weit, ne? Je vous salue. Hello. Volle Party. Die kenne ich. Die Bank. Ja, Poker. Sehr gut. Habe ich gelesen. Da müssen wir hin. Ich hörte gerade meine Waffe wieder, wenn es geht. Hier kommt Lenny. All right. Let's get in. Go home. Oh, ich habe immer noch nicht so schlecht in all my life. All dem folk auch so pleased with themselves. Oh, high society's pigeon shit. If you ask me, it's more like torture. Well, that's sort of the point, isn't it? Let the people torture themselves. Here's them papers I took. I think we see you take this. I think so. Hm. I might have an idea. Let me think on it. Ja, weh. Wenn Dutch eine Idee hat, ist das immer... Naja, schwierig. Erich. Ah. Hm. 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 I guess. Hm. So, what's next? Dancing lessons? Deportment? More along the lines of armed robbery. Hosea is handling reconnaissance on the bank. He and Abigail are gonna run some distractions. See how the law reacts. Good. Oh, und ich spreche mit Evelyn Miller, ein guter Mann, hier zu helfen, den Indien-Chief, wir sehen. Ja, ich auch mit dem Herr. Er ist Lobbieren in den St.Denis auf der Seite. Vielleicht können wir uns helfen. Vielleicht. Ich denke, dass es viel Geld auf dem Riverboat gibt. Viel Geld. Und Trelawney, er ist für uns investigiert. Er sagt, ihn zu treffen, bei den Taylor's. Okay. Ein großer Schwerer hier, Arthur, und wir gehen. Wir sind fast zurück. Und wo ist zurück? Ich weiß nicht. Gute Frage. Die Frage hätte ich auch gestellt. Ja, wo ist denn zu Hause? Das kennen wir ja gar nicht. Ne, Arthur? Was? Untersuchen? Was war da? Achso, die Bilder. Ja, ich fall immer wieder drauf rein, ne? Der lernt nicht dazu, der Arthur. Also, der, 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 der dann spielt. Genau. Genau der nämlich. So, kriege ich jetzt was zu essen? Ah, ich glaube, das Essen ist fertig. Sehr gut. Hab ja auch fleißig gearbeitet dafür. Na, 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 na. Oh no? Oh no? Ja, ich glaube, die Vampir-Ära, die kommt aus noch. Die Marybeth, ne? Die, die lebt in ihrem Buch. So, jetzt, wo ist mein Essen? Wo ist zum Essen? Da ist es. Ich will keinen Kaffee für was zu essen. Ah, hier. Ah, die Sadie hat die Hühne gefüttert. Sehr gut. Guten Morgen. Hallo. So. Hm. So, renn damit. Wunderbar. Schmeiß mal am Boden. Genau. Schmeiß den wieder am Boden. Super. Howdy duty time. Hey there. Miss Grimshaw. Ah. Lass, verschütt mal deinen Kaffee hier nicht, ne? Verlauter Suf. Ah. Ah. Lecker Käpfchen. Oh, der kleine Jack. Na, wie geht's? You settling back in? I like it here. Lots of places to explore. Mhm. Aber nicht zu weit weg, ne? Das sind Alligatoren und so. So. Ein bisschen aufpassen. Ah. So. Ne, Hosea. So. Ne, Hosea. Ist ne gute Idee. Auf jeden Fall. Hi there. Everything okay? Hi there. Hm. Hi there. Hm. Hm. Na gut. What's wrong Mr. Pearson? Nothing. Oh nothing. Was hat der Pearson? Well then why do you look like a beaten dog? Because. I don't know what's hard to say, the mud? Mr. Morgan. Mr. Morgan. Mr. Morgan. Reverend. I want solid cape from a 40 foot swell. Hello. I want cross the aquarium. Hello. Was ist los? What do you want? I'm not. I'm not quite sure. Oh. This keeps happening. Waiting to get shot. For riding without loss. Was stimmt mit dem nicht? Also. I never took you for the self-pity and sort. It never was. I never was. It's the mud and the swamps. Okay. Okay. Also. Mr. Pearson hat auch was an der Murmel. Muss hier raus. Nur Verrückte hier am Lager. Oh man. Okay. My girl. Die sind alle irgendwie so ein bisschen frustriert. So was. Okay. Ja. Wir haben praktischerweise noch ein Kopfgeld. Was ist das hier? Ah mit den Indianern. Ah ja. Okay. Okay. Hier müssen wir für den Professor was machen. Hier ist die Postmeisterei. Genau da geht's auf jeden Fall hin. Kopfgeld zahlen. Hier ist Trelawney. Auf dem Flussdampfer. Das war die Pokerpartie ne. Wovon wir gelesen haben. Also da. Ich sehe schon. Wir werden noch eine Runde High Stakes spielen offenbar. Da freue ich mich doch jetzt schon. Aber zuerst mal das Kopfgeld zahlen. Das lästige Kopfgeld hier. Ja. 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 Ich grübel gerade die ganze Zeit noch Was mit dem Fell nicht funktioniert hat Also mit dem Legendären Elchfell Warum die Entschuldigung Ach das sind ein paar Dressortklauer hier Was ist hier los Alter Die Idioten haben sich selber in die Luft gejagt Oh man Das hat gezunden Ich war es nicht Nicht dass jetzt noch die Polizei kommt Die haben sich dasselbe in die Luft gespringt Diese Deppen und mich fasst noch mit Okay Kommt wir Wir essen Hallo Wieso kann ich das nicht essen Achso Es ist nicht gekocht Wahrscheinlich Vermutlich ist es nicht gekocht Komm wir essen mal so die Wurst Und ein Möhrchen Und ein paar Bohnen Junge Junge Sowas So mein Pferd kriegt auch was Du kriegst so glätten Wurzel So dann schauen wir hier mal rein Also zuerst mal den Tresor Ich gebe es in eurem Namen aus So machen wir das Tja da ist doch das Kopfgeld schon Bezahlt hätte ich mal behauptet So schnell Achtung Nicht dass die uns sehen Nice Komm Mary Die zwei Sprachmänner haben unser Kopfgeld bezahlt Was sagst du da dazu Genial 25,50 Die 50 Cent sind doch besonders wichtig Die werden uns am Ende irgendwo fehlen Wahrscheinlich für die Parkuhr oder so So als möglichst keine Gesetzeshüter Die könnten mir jetzt noch einen Strich dort die Rennung machen Das will ich natürlich nicht Howdy Ah der Musikant ist wieder da Jawoll So jetzt Runter und Kopfgeld bezahlen Hallo ich habe ein lächerliches Kopfgeld Ich weiß gar nicht woher Alles gut ne Jawoll ich bin wieder ein ungescholtener Bürger Juhu Na dann Was haben wir denn hier noch Der Charles Ja komm Gehen wir da hin Gehen wir zum guten Charles Unserem Französischen Schmierfinken Morning Hallo Ja ja Ist auch da oben Ist ja der Waffenladen Wo ich den Entschuldigung Wo ich den Ne aber Abgeknallt hab Ich böser Hallo Ich muss mal kurz in den Waffenladen Kleinen Moment Mal schauen wer jetzt da eigentlich bedient Weil wir haben ja den alten Inhaber Umgebracht Die Reinkarnation Hello Moment Nein 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 Okay Ne Ich Schon mal kurz Bloß die Die Waffen durch Ja was ist denn meine Pistole Geht das gar nicht oder was Ja ja Aber ich Achso hier drin kann ich keine Waffe ziehen Na gut Also dann Servus Was sind denn meine Gnaren Mensch hier Warum konnte ich die jetzt nicht reinigen lassen Seltsam Na gut So Hier ist Charles Oh Gott Das kenn ich irgendwoher Das ist Oh je. Das kann was werden. Oh je. Ich kenne die Männer. Ich schaue an der Bar. Quick, behind here. Aha. Quick, behind here. Follow me. Mary, bleib. Genau, da bist du auf Nummer sicher. Alles gut. Come now, follow me. Those fellas, you, you, shat on their bar? But of course, I needed to shit. Come on, my fresh ex-comment was better than any of the drinks they served in there. Remind me to avoid that place. Der ist schon drauf, der Charles. Oder Schal, ne? Back, back. Die Moneylenders. We go another way. A man owes his money. Hey. We go through here. Er hat Schulden. Oh oh. Quicky! Oh, it's nothing. I thought I knew him. Oh je. Mach das nicht nochmal. Oh Gott. Das erzählen wir niemandem. Oh. You ain't so. None of your work. There is always a heavy demand for fresh mediocrity. But no kind of brilliance. Not so much. And no kind of deep. The whole inner fence. We go through there. Ja, dann kletter mal durch hier. Hey. Ok. Anywhere you want, my Nick. Oh ... Die hat dem jetzt gerade eine geknallt oder was? Sehr gut. Sie sind die gleiche. Ich provoche, ich schalange, ich amuse, mit meiner impropriation. Eine Mediocre-Life ist sinnvoll. Eine Bode-Life, mit Kunst und Wahrheit, Dirty Wahrheit. Das ist etwas, was wichtig. Es ist gut, dass du eine Fails-Safe-Philosophie hast. Wie kann ich in der Mord? Eieiei. Jetzt wird's finster, ja? Sind wir bald da? Und dann? Haben wir's ja geschaffen, dass dein Schiff ist. Dann hoffe ich mal, dass du auch an Bord kommst. Wir haben es geschafft. Let's go. Oh nein, nein, nein. Ich habe ihn. Er ist hier. Ah, was ist denn hier los? Ich habe viele Freunde hier. so sagt vor alter jetzt glaube ich so drei gegen eines natürlich heftig jetzt ist aber schluss mit lustig hey 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 come on you better hope this ship's leave us so Ah, merci, merci. Adieu. Merci, mon ami. So long. If they don't like you in the islands, keep on going to the South Pole. Ah, yes. I hear there. The light is really fantastic. Ha, au revoir. Mach's gut, Meister. So was. Ich hab' auf den gewartet. Ja klar, jetzt zoomen wir uns noch. Ach, komm, halt auf. Nein, du Nare. Hast wieder die falsche Mütze aufgezogen, du. Shit. Na, perfekt. Jetzt holen sie uns wieder da. Oder was? Je vous salue. Je vous salue. Let's go. So was blitz. Wieso? Wieso suchen die immer uns? Ja. Perfekt. Ich hab' nix gemacht. Ich hab' nix gemacht. Gar nix. Ich bin angegriffen worden. Ich hab' mich nur verteidigt. War ja klar. War ja klar. War ja klar. Howdy. Oh, Leute. Ernsthaft? Ich hab' gerade erst das Kopfgeld abbezahlt. Mary. Ich brauch' dich. Es ist wieder so typisch. Oh, Mann. Echt? Ja, jetzt schieb' deinen Hintern her. Hopp. Mein Hut bin ich auch los. Verdammt. Ja, Sacken. Zement. Oh, ja. Es passt auch wieder. Oh, Mann. Okay. Dann spielen wir wieder Eisenbahn. Oh, mein Pferd hat auch was abgekriegt, ne? Ach, sowas blitz. Sowas blitz. Und alles nur wegen dem Schal. So, aber... Wollte grad sagen, hier finden die uns ja nicht. Aber ich fürchte. Ja, wobei. Doch, sieht gut aus. Und er findet uns auch nicht. Genau, die sind... Die sind zu dumm. Glück gehabt. So, ich hätt' gern meinen eigenen Hut, wenn's geht. Nein, nicht den! Verdammt, dann wieder diesen Arthur Morgan Penner Hut. Ich wollte auch den anderen. Den hier. Genau. Ja, und schon wieder... Schon wieder Kopfgeld, ne? Und dabei hab ich nur jemandem geholfen. Ich hab' gar nichts Böses gemacht. Ich wurde angegriffen. Und hab' mich nur verteidigt. Das will ich mal festhalten an der Stelle. Ich hab' nix gemacht. Ja, super. Jetzt ist das Ding natürlich wieder gesperrt. Kann ich meinen Kopfgeld gar nicht zahlen? Oh, Leute. Ernsthaft. Na gut. Muss ich halt erst woanders hin reiten. Ja, wir können ja kurz im Stall ne Pause machen. Na, komm. Hier geht's rein. Wir können ja mal schauen. Vielleicht können wir unser Pferd noch ein bisschen tunen. Aber ich glaub's fast nicht, ne? Wir können ja auch ein bisschen tunen. Ne. Ne, der Sattel? Sattel Taschen machen was aus, ne? Steigbügel. Ah, Steigbügel macht das aus. Ja, 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 ja. Aber wir haben schon den. Ja, ich fürchte, dann geht nimmer wirklich viel. Ne, dann geht nimmer wirklich viel. Hm. So, genau. Gibt's nochmal hier. Rund ums Sorglos-Paket. So, kann ich jetzt mein Kopfgeld zahlen. Ne, ist immer noch gesperrt. Hm. Kann nirgendwo hin. Ich kann hier zum Polizeirevier. Hier war ja die Geschichte mit dem Professor. Na, wo wir das lustige kleine Boot gesteuert haben. Aber irgendwie, der Besuch in Doverhill, der hat uns da auch nicht weitergebracht, ne? Ne, wir haben dem Professor nicht geholfen. Ah, geholfen sag ich schon. Nicht gefunden, meine ich natürlich. Hm. Ja gut, da ist mir zu viel Polizei. Also, ne. Dann will ich jetzt nicht hin. Muss nicht sein. Aber gut. Liebe Leute, das werden wir beim nächsten Mal lösen, das Problem, würde ich sagen. Genau, mit dem Kopfgeld. Ich sag an dieser Stelle immer vielen Dank fürs Dabeisein. Und hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn's weitergeht. Bis dahin. Ne gute Zeit. Macht's das gut. Und Servus.